Hallo. Hallo. Heute ist Montag. Der siebte Tag. Und wir sagen euch jetzt, was wir heute machen. Wir fangen wieder an mit dem beliebten Ideen weiterspinnen. Da hat Mario die Idee gehabt mit SOS statt SOS. Wir sehen, was da was noch wird. Das haben wir gerade schon mal wieder reingestellt mit einer neuen Notiz. Genau, mit einer neuen Notiz. Genau, ihr könnt sowieso immer gerne wieder auf die Notizen gucken, weil da werden manchmal Ideen auch weiterentwickelt und vielleicht entsteht ja dann irgendwann was supertolles, was so eine Idee ist. Als nächstes werden wir auch über unsere eigene Idee sprechen, die Daubertino-Ideen. Mal sehen, was da auswirkt. Sollen wir es bis erläutern? Das dauert glaube ich zu lange nicht. Ihr befindet das nachher in den Notizen. Wir werden das nochmal verschriftlichen. Wir versuchen mal neue Kreativitätstechniken anzuwenden. Reizwortanalyse oder sowas in der Art. Genau. Wir werden mal Freunde suchen. Das klingt so traurig irgendwie. Mit Ehren und Wert. Vielleicht könnt ihr uns ja auch weiterempfehlen. Das wäre super. Und wir haben den täglichen Chat noch vor uns von 18 bis 18.30 Uhr und hoffen, dass sich da ein paar von euch einschalten. Dann müssen wir dann nachher mal klären, welches Thema wir machen. Also wir werden einen Umfang starten. Kann ich auch mitmachen. Ja. Das ist es. Ist das. Ciao.